. Braut Meghan Markle – Kleiderwechsel für den Abendempfang Was für eine hübsche Herzogin! Vor wenigen Stunden gab Meghan Markle ihrem Prinz Harry das Ja-Wort. Für die romantische Zeremonie wählte die Schauspielern ein schlichtes, aber wunderschönes Kleid mit einer bestickten Schleppe der Britischen der Sinnerin Clare Wittkeller. . Für die Feier am Abend zog sich nochmal um und sorgt mit ihrem Outfit jetzt für einen echten Woh-Moment. Für den Hochzeitsempfang im Frogen-Mohre-Huse entschied sich für ein Dress von Stamk-Gardney, 46. . Der zweite Traum in Weiß an diesem Tag umschmeichelt die Figur der Beauty-Perfekt und der Neckholder legt die Schultern der 36-Jährigen frei. . Zu ihrer Abendgardeau bewählt noch schlichte Ohrringe und helle Pumps. . Auch Harry kann sich sehen lassen, er trägt nun einen schlichten, aber gut sitzenden Smoking und dazu eine Fliege. . Hans Kindlemann-Lieke fuhr er seine Frau selbst zu dem Empfang und das in einem elektrischen Jaguar. Die Hochzeit der frischgebackenen E-Leute sorgte heute weltweit für Gänsehaut-Momente. . Auch bei Harry liegt nur eine Sache in der Luft, jede Menge Liebe. Als seine die Kapelle betrat, konnte der Rotschopf nicht mehr aufhören zu grinsen und machte seiner Liebsten sofort ein rührendes Kompliment, wie ein Lippenleser erkannt haben will, du siehst bezaubernd aus. . Ich habe so ein Glück. . . . . . . Untertitelung. BR 2018